Moin Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute geht es darum, dass Hauli Energy eine neue Geschmackssorte veröffentlicht hat. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, ist die Sorte bestellbar. Plus es gibt noch ein krasses Gewinnspiel und viele Vorteilspakete zum Release. Deswegen habe ich gesagt, komm, macht ein Video zu, da kann ich euch einmal kurz alles erklären. Nachdem ich euch so gesehen die Produkte hier gezeigt habe, kommt noch im Anschluss in diesem Video ein kleines, ich sage jetzt mal Unboxing plus Testing der neuen Geschmackssorte. Denn ich habe die schon im Vorfeld testen können, da hätten wir auch schon die Dose. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier auf der Seite durch. Also, für die, die aber den Geschmack ganz normal kaufen wollen, haben wir hier einmal den Geschmack, das ist im Prinzip Mango Kiwi plus den Shaker. Wie gesagt, wenn ihr bestellt, immer den Code SHADY benutzen und wenn ihr zum ersten Mal bestellt, könnt ihr auch den Code SHADY5 nehmen. Da spart ihr einmalig 5 Euro und sonst halt immer 10% mit dem Code SHADY. Aber neu ist dieses Mal nämlich die Safari Packs, Leute. Wenn wir hier hingehen, haben wir hier eine riesige Anzahl an Packs plus coole Gewinnspiele. Denn es gibt hier sehr, sehr viele Sachen zu gewinnen, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir im Prinzip die Safari Packs mal aufgelistet, wo ihr dann Shirts bekommt. Wir gehen hier auch mal durch, wir haben hier beispielsweise Paket 1, da haben wir hier die türkische Sorte, wir haben hier einen Shaker, wir haben einen Coupon. Da komme ich gleich nochmal zu, plus auch zum Beispiel die Sticker und auch diese Karte, auch diese Karte steht da oben. Man sieht sie im Hintergrund, ja. Zum Beispiel Pack 2 haben wir dann schon hier mit Probe Packs mit dabei für die anderen Sorten. Wir haben dadurch schon drei Coupons. Ab Pack zum Beispiel 3 haben wir zwei Geschmackssorten. Die könnt ihr hier wählen. Es muss also im Prinzip nicht zweimal Laien sein, sondern ihr könnt im Prinzip selber wählen, welchen ihr haben wollt. Plus halt den Shaker, plus halt noch das T-Shirt. So, haben wir auch schon mal hier unter die Coupons und die zwei Shakers, also alles, was ihr hier seht im Paket. Vier haben wir dann schon drei Geschmackssorten. Wir haben hier noch mehr Sticker und wir haben auf jeden Fall zehn von diesen Coupons. Und im Holy Matata Pack, ich glaube das letzte, ja, haben wir sogar vier Geschmackssorten. Und wir haben hier auch noch den Riesen-Shaker und 20 von den Tickets so gesehen. Natürlich spart ihr hier richtig viel. Also hier habt ihr zum Beispiel 262 Euro normalerweise und zahlt 169, also fast 100 Euro Ersparnis, wenn ihr wirklich sagt, ihr trinkt relativ viel Energydrinks, kann sich das Ganze auf jeden Fall schon lohnen. So, wofür sind die Coupons oder Gutscheine? Wenn wir hier hochscrollen, Leute, sehen wir, dass es ein Gewinnspiel gibt. Und hier seht ihr es, man kann hier so eine Art Tombola, wie so geschrieben wird, könnt ihr eine Playstation 5 gewinnen. Das Ganze im Holy Skin. Hier dann nochmal hier dran, im Holy Skin. Wir können hier die Pullover gewinnen, die Sweatshirt. Genauso wie ihr auch Probe-Packs so gesehen für die nächste Geschmackssorte nach dem Laien schon gewinnen könnt. Dann heißt das Prinzip, ihr bekommt dann vorhin eine Probe zugeschickt und könnt schon mal die neue Geschmackssorte testen. Also richtig, richtig krass, was die hier auffahren, Leute. Alleine PS5 zu gewinnen. Ich muss auf jeden Fall mitmachen, ich brauche eine PS5. Aber wir haben hier, wie gesagt, recht coole Sachen. Auch, wie gesagt, die Shirts oder halt einfach nur, wenn ihr wirklich mehrere Energies haben wollt und wollt da ein bisschen sparen, könnt ihr auf jeden Fall schon ein bisschen was rausholen. So, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Unboxing und zum Testing. Wie gesagt, wenn ihr was bestellt, den Code Shady benutzen, dann spart ihr am meisten. Auch auf die ganzen Packs. Moin, Leute, willkommen zu einem kleinen Mini-Unboxing und einem kleinen Geschmackstest vom neuen Holy Energy Geschmack, nämlich der Lion Lemonade oder Lion Lemonade. Das Päckchen ist da. Ich mache es euch mal ganz kurz hier schon mal auf. Und hier haben wir die neue Geschmackssorte. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe es auch noch nicht getestet. Ich habe schon mal den Becher, es gibt dazu den Shaker mit Wasser vorbereitet, dass ich nicht nochmal aufstehen muss im Video. Und wir gehen das Ganze gleich durch. Wir haben hier auch nochmal eine Karte mit drin. Die werdet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall den nächsten da hinten im Hintergrund sehen. Und wir haben hier einen sehr schönen Sticker. Auch dieser wird wahrscheinlich irgendwo hier hinten verewigt. So, packen wir mal die Box weg und kommen zur Geschmackssorte. Die Geschmackssorten, Leute, ich glaube, ihr könnt es so gar nicht lesen, Deckel. Aber es ist auf jeden Fall Mango Kiwi. Spricht auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig zu sein. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal rein, probieren das Ganze. Wie gesagt, ich packe das hier zum ersten Mal gerade aus. Da ist gerade das Mikrofon ein bisschen runtergerutscht. Ich habe es gehört. So, mal gucken, wie es riecht. Boah, riecht auf jeden Fall. Man riecht auf jeden Fall die Kiwi sehr gut raus. Ja, ich würde sagen, man riecht auf jeden Fall sehr, sehr stark die Kiwi raus, Leute. Aber sehr gut. Und wir gucken mal, wie es schmeckt. So, gucken wir doch mal. Nehmen wir hier ein Dings voll. Und ab rein. So. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt, Leute. So, wir sind gespannt. Oh, es riecht. Oh, es riecht super stark nach Kiwi. Also, man muss ja sagen, der Geruch ist super stark Kiwi, finde ich. Aber schmecken tut es sehr, sehr stark nach Mango. Die Mango ist auf jeden Fall viel im Vordergrund, aber super fruchtig, Leute. Also, ich bin ganz ehrlich, ich nutze ja mittlerweile Holy auch schon gefüllt zum Frühstück. Und das nicht nur gefüllt ist, wenn ich morgens aufhege, es gibt keinen Kaffee mehr, sondern es gibt erstmal einen Holy morgens. Und diesen hier, den kann ich mir super geil vorstellen. Im Sommer 30 Grad warm draußen. Hoffentlich krimpelt dieser 30 Grad. Und dann so einen schönen kalten Mango-Kiwi-Shake. Weil, wie ihr schon in den vorigen Videos mal erzählt, Leute, ich finde, bei Holy ist für mich besonders, es schmeckt nicht nach einem Energy-Drink, sondern es schmeckt wirklich nach einem Fruchtsaft. Ich habe wirklich das Gefühl, du hast dir einfach aus dem Regal einen Fruchtsaft rausgeholt. Der Vorteil ist natürlich, es ist halt nicht nur ein Fruchtsaft vom Geschmack, sondern ihr habt die ganzen Vorteile, ja. Ihr habt keinen Zucker. Ihr habt im Prinzip den Kick, wenn ihr generell zocken, konzentriert sein wollt. Ihr habt aber auch nicht diesen, wie bei vielen Energies, dass man, ich sage mal, kurz konzentriert ist. Danach kommt so, buf, diese Down-Phase. Das ist bei Holy auf jeden Fall nicht so. Man hat so ein kontinuierliches, ich sage jetzt mal, aufgepusht sein. Und dann geht das ganz langsam wieder runter. Und wie gesagt, und besonders für mich, auch null Zucker, finde ich sehr, sehr gut. Weil man kennt es, man trinkt am Tag doch mal so zwei, drei, vier Energies. Und auf einmal, naja. So, und das ist hier einfach super gesund auch noch in dem Fall. Also Leute, ich würde sagen, ich brenne euch hier nochmal die Vorteile oder warum man Holy Energy kaufen sollte nochmal sehr gerne ein. So Leute, warum rockt Holy oder warum kann ich euch Holy empfehlen? So, echter Fokus, Leute. Ihr wisst, man aber für ein Gaming-Session dank der neuen Formel aus Newcuff, grünen Tee-Extrakt und 14 weiteren No-Tropics und Vitaminen. Frutilizius, mehr Früchte als Parfruiten in ihr. Ein einzigartiger Geschmack mit 100% natürlichen Fruchtaromen und Farbstoffen. Merkt man auf jeden Fall, wie gesagt Leute, schmeckt super fruchtig. No Bullshit. Lässt sich zwar nicht fliegen, aber auch nicht crashen. Null Zucker, null Thorin und nur 4 Kalorien pro 100ml, Leute. Richtig krass. Wie gesagt, super gesund. Und gutes Gewissen, 50 Trinks aus einer Box, vegan, made in Germany, umweltbewusst, verpackt und geliefert mit wiederverwendbaren Shaker, Leute. Das muss man auch dazu sagen, auch preistechnisch. Ich meine, wir bezahlen 40 Euro, bekommen daraus 50 Trinks, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Und dazu natürlich, wenn ihr auch noch die Codes benutzt, wie zum Beispiel den Code SHADY, spart ihr 10% bei eurer Bestellung. Auch das merkt man. Oder bei eurer Erstbestellung, SHADY 5 und spart damit einfach 5 Euro. So Leute, also mein Fazit. Video ging, glaube ich, schon lang genug. Ich würde sagen, der Holy Energy Lion ist sehr, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, besonders finde ich den für den Sommer, für warme Tage, wird der immer dabei sein. Ganz ehrlich, ich muss mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr holen. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich bin normalerweise zum Beispiel nicht so der Kiwi-Fan, bin ich ganz ehrlich. Und war erst ein bisschen, weil es sehr stark nach Kiwi riecht, aber schmecken wirklich die Mango im Vordergrund. Und die Kiwi kommt im Nachgeschmack und gibt dem Ganzen wirklich so einen abgerundeten, erfrischenden Geschmack, Leute. So, also genug von dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Und ich hoffe bei Holy mal rein. Wird auch die Tage noch ein paar weitere News geben. Also bleibt dran und dann bis denn, Leute. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Arc oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.